Uhhh..... Jetzt hat er zwei Sensen mit einer. Na komm, drück schnell dir nichts weiter. Was? Äh, hallo? Ähm, Ich finde das Spiel witzig. Oh, die rote oder die blaue Pille? Wie viel Level haben wir noch? Okay. Dann. Ich nehme die blaue. Nur die rote. Wir machen jetzt Experimente, meine Damen und Herren. Wir machen jetzt schon wieder. Okay, ich nehme die rote. Okay. 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 Also blau, tu auch blau. Und tu auch. Akassi und Akassi. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Komm. Oh, okay. Wie ist das für ein komisches Spiel? Oh, okay. 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 Jetzt hat er sich aufgehangen. Was für ein Penner. Es kommt ein wenig an, den ich aufgerufen habe. Ich kann es nicht aufgerufen. Ich kann es nicht aufgerufen. Ich bin kein Problem. Gut, dass der so schlechte Zähne hat. Da kam ich schon weg da. So ist gut. Was? Ja, mit dem ist jetzt nicht mehr zu spaßen. Der will seine Kirsche wieder haben. Kommt her, ich mach euch kaputt! Jungs, ihr seid nur scheiß Zähne! Alle auf Milch, das ist voll nicht fair! Was? Was? Das Spiel ist arg verwirrend. Irgendwie lustig! Was? Was? Okay. Okay, da nicht lang. Okay, da auch nicht lang. Okay, da auch nicht lang. Oh, Leonor! Eh! Okay. 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 Ich hab so ein Gefühl, ich bin falsch. von hier komm ich doch. Oder? Nee, 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 mach mal so. Oh, ja, 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 ja. Genau, jetzt dado. Oh, gott, 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 gott. Nun... Nuh! đangَ ハーパーペー Was? Nein! Doch! Vielleicht! Mach doch einfach, was ich dir sage, ey! Ja! Wir haben es geschafft! Oh Gott! Oh, weggesault. Okay. 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 Na komm. Hau dir auf die Nuss. Hau dir nicht los. Ey, das ist voll unfair. Der hat verloren. Das ist voll beschiss. Okay. Ich hasse Schach. Okay. Da holen wir mal die Schnecke. Ja, wie immer kann er bescheißen. Ja. Ja. Ja, gewonnen. Aber theoretisch habe ich gewonnen. Aber nicht bei dem, weil das spielt nicht fair. Dann bei dem. Okay, dann denke ich mal, wird das hier auch so passieren. Ja. 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 Ja, das ist voll unfair. Ja, und dann noch ein Selfie machen. Das ist voll ein gemeines Spiel. Toll. Tja, eigentlich habe ich doch jetzt alles ausprobiert. Tja, eigentlich habe ich doch alles ausprobiert. Tja, hätte ich es mal gleich gemacht. Aber dann hätten wir ja nicht gesehen, wie lustig das ist. Tja, guck mal, wie lustig ist. Tja, gar nicht. Tja, gar nicht mehr. Tja, gar nicht mehr. Tja, gar nicht mehr. Ein bisschen raus. Hat er die jetzt aus? Ne, jetzt gehen sie zu den Höhnen oder was? Okay. Warte, komm aus den Ohren, nicht aus dem Po. So, jetzt sind wir wieder zu Hause. Oh, er teilt. Ah, nee, jetzt hängt doch nicht wieder alles von vorne an, oder? Oh, das ist so schön. Oh, das ist so schön. Oh, das ist so schön. Ja, ein richtig witziges Spiel. Wie gesagt, ich mag die Spiele von den Machern da sowieso ganz gerne. Weil sie oft etwas leicht verrückt sind und halt eben lustig sind. Und ja, ich hab's durchgespielt. Das sind zwei Stunden und 13 Minuten. Na gut, ein bisschen weniger. Ich hatte ja noch Pause gemacht. So, apropos Pause, die werde ich jetzt auch nochmal machen. Und dann bin ich gleich nochmal wieder da. Oh. 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 Vielen Dank.